Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zurück bei No Man's Sky. Ihr seht, ich stehe hier immer noch an diesem wunderschönen Turm. Mein Schiff ist da hinten geparkt und ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen wollte. Speichern, also ich wollte mein Inventar aufräumen. Wie ich gerade feststelle, es war das Inventar, was ich aufräumen wollte. Ja, und es gab ein kleines Update, das ist schon, also jetzt ein bisschen länger raus, gebe ich ehrlich gesagt zu. Ich habe das Spiel jetzt eine Zeit lang nicht gespielt, seit meiner letzten Aufnahme. Ja, also wie gesagt, es gab ein Update, das soll angeblich hier die Flüssigkeit des Spiels, soll es überarbeitet haben. Es soll jetzt auf den ganzen Rechnern ein wenig besser laufen. Ich bin schon gespannt, ob es das wirklich tut. Also die Performance, das war das Wort, was mir gerade nicht einfiel. Es soll jetzt performanter laufen. Ob es das tut, werden wir heute sehen. Ich bin gespannt, denn ich hatte eigentlich mal vor, hier mich in mein Raumschiff zu schwingen und den Planeten heute auch mal zu verlassen. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob das jetzt wieder für euch eine Ruckelorgie wird. Momentan sieht es noch so aus, als ob die Aufnahme flüssig läuft. Ob das nachher auch wirklich so ist, kann ich euch natürlich erst sagen, wenn ich denn dann mir mal die Aufnahme im Nachhinein ansehe. Also kurzum, wenn ich sie schneide. Und eigentlich, eigentlich würde ich ganz gerne zu einer Weltraumstation. Und da hinten ist eine. Also fliegen wir da mal hin. Mit Impuls. Tja, und ich, äh, wow. Ich gucke hier gerade so halb mal kurz auf meinen zweiten Monitor und sehe die, wo, die CPU-Auslastung. Die ist gerade von 40% auf 80% gesprungen. Seitdem ich hier im Wort bin. Wow. Also kurzum, dieses Programm hat eindeutig CPU-Spitzen hoch 3. Und jetzt fällt es wieder runter. Also kurzum, ja. Aber vielleicht läuft es ja ein bisschen flüssiger und vielleicht könnt ihr das Spiel ja dann doch ein bisschen mehr genießen. Ich habe an den Einstellungen nichts geändert. Wie gesagt, es gab einen kleinen Patch. Der ist jetzt, ähm, seitdem ich das aufgenommen habe, ungefähr eine Woche schon draußen. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ich bin nicht dazu gekommen. Und, ähm, naja. Jetzt ist es mal wieder so weit. Äh, ich wollte halt das Universum mir nochmal angucken. Und ihr wisst ja, wie das so ist. Moment, ich muss erst mal abbremsen. Ja, ihr wisst ja, wie das ist. Was? Nein, kein Feind. Scannen. Seit wann haben wir denn solche? Raumstation? Oh, oh. Nein, ich will nicht kämpfen. Ich will hier rein. Komm ich hier rein? Na toll. Na toll, toll. Ähm. Wo sind sie? Ah, da. Wow. Ich muss hier erst mal einfliegen. Oha, das tut doch weh. Okay. Ich weiß nicht, wer mich da gerade angreifen wollte. Aber er hat es eindeutig nicht geschafft. Und dann gucken wir mal. Hier ist eine Raumstation, ein Würfel. Es ist keine Raumstation, wie wir sie bisher kennen. Wir kannten ja bisher nur die Runden. Jetzt habe ich doch hier mal glatt einen Würfel gefunden. Ich muss mal kurz die Geschwindigkeit heruntersetzen. Denn ich will mal kurz gucken, wie mein Schiff so aussieht. Impulsantrieb. Okay, laden wir auf. Startdüsen. Auch. Hyperantrieb habe ich momentan nicht. Und der Deflektor-Schild, den lade ich auch auf. Ich nehme mal das und das. Und ja. Dann sind wir wieder ein wenig auf der sicheren Seite. Und ich sehe, wir kommen da rein. Ich fliege mal in die Station rein. Ich bin gespannt, wer da auf uns wartet. Das könnten die Weiken sein. Vielleicht sieht so eine Raumstation der Weiken aus. Ich weiß es nicht. Und ich wollte auch mal gucken, ob man hier vielleicht ein anderes Raumschiff kriegt. Ich meine, es ist das Vorbestellerschiff, was ich momentan fliege. Und das ist ja auch ein schönes Schiff. Ja, also optisch gefällt es mir sehr gut. Es hat leider zu wenig Inventarplatz. Und ich glaube, man kann das Schiff als Schiff gar nicht aufrüsten. Also, falls ich mich da irren sollte, bitte in die Kommentare. Korrigiert mich. Das Spiel ist ja learning by doing. Im Sinne von, man muss halt hier ein bisschen arbeiten. Und Tatsache, es ist eine Weikenstation. Ei, großer. Na? Ja. Wie geht's denn so? Aha. Besondere Beziehung. Eindringling. Weiken. Ersetzen. Alles klar. Ich weiß sofort, was er weint. Denn. Der Krieger sieht mich mit Feuer in seinen Augen an. Diese Spezies ist eindeutig aggressiv. Und ich bezweifle, dass ich willkommen bin. Und dennoch ist diese Raumstation nicht verschlossen. Hat keine Abwehrsysteme. Man kommt einfach rein, wenn man mit dem Schiff landet. Aber egal. Und doch verbeugt sich die Lebensform zu einer Begrüßung. Das gebieten wohl die Tradition und die Ehre. Ich empfinde keine unmittelbare Gefahr und bin kurz davor, wieder zu gehen, als die Kreatur auf mein Multi-Werkzeug zeigt. Sie bellt besorgt. Und deutet mit einer Geste an, dass ich sie, dass ich sie ihr übergeben soll. Was? Nein! Was? Ersetzen? Einringen? Ersetzen? Hm. Also, ich habe ja schon mal gesagt, es ist immer die unterste Variante. Er nickt zufrieden. Er bietet mir ein verbessertes... Uh. Was ist denn das? Äh. Ach. Ich kriege ein neues Multi-Werkzeug an? Ja. Was hat denn das? Ähm. Also, Bergbaulaser, Scanner. Ja. Ah! Plasma-Werfer. Okay. Dann hat es einen Reichweiten-Scanner. Die Aufspülreichweite des Scanners wird erhöht. Ein leistungsstarker Ausgabemodulator filtert lokale Informationen aus größerer Distanz in die Visualisierungssysteme des Anwenders. Funktioniert automatisch, nachdem es gebaut worden ist. Und der Plasma-Werfer? Da steht. Land-Disruptor-Technologie und Ausgrabungswerkzeug in einem. Abgefeuerte Plasma-Geschosse explodieren bei Aufprall, mit Isotropelementen aufgeladen, achtloser Gebrauch, kann zerstörte Alien-Ökosysteme und Schaden beim Nutzer nach sich ziehen. Deswegen verwenden sie es mit Vorsicht. Querschläger ist auch eingebaut. Ähm. Blitzwerferschüsse erhalten ablenkende Eigenschaften. Umgebungskollisionen verursachen eine Ablenkung des Plasmas, unberechenbare Flugbahnen und mögliche Feintreffer. Yippie. Und dann ist noch ein Blitzwerfer drin. Kampffokussierte Waffe, der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen des Gerätes Isotope nötig sind. Cool. Ja, das wissen wir eigentlich schon. Nur hier, mein Strahlen, den kann ich leider nicht... Kann ich den rübernehmen? Nö. Okay. Andersherum, wir sehen, Bergbau ist drin, Scanner ist drin. Der Analyser fehlt. Der fehlt. Den kann ich jetzt... Nein! Ich hab rechts geklickt. Ähm... Hallo? Hat er den jetzt übernommen? Hat er den weggeworfen? Ja, ja, ja. Hm. Ich lerne mal noch ein neues Wort. Aber ich glaube, ich hab jetzt das Tool nicht übernommen, oder doch? Was ist denn das? Okay, ich mach jetzt etwas, was ich normalerweise nicht machen würde. Aber das ärgert mich jetzt zu sehr. So, ähm... Hier. Wir laden nochmal, denn... Was soll denn das? Freunde! Jetzt krieg ich ein Multitool, komme aus Versehen auf die rechte Taste und habe nicht die Möglichkeit, es nochmal anzunehmen? Äh... Achso, hier war's die andere Taste. Was soll denn das? Das macht ja schon... Ja, ich hab ein Reisemeinstein erreicht, weil ich gerade so schnell gerannt bin. Super. Na? Ich hab nur noch einen Alien getroffen. Mhm. Okay. Kann ich jetzt auch mit dem Alien mal reden? Danke. So, krieg ich jetzt nochmal das Tool? Das wäre nämlich sehr schön. Ja, 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 komm. Du hast mich schon einmal angekürzt und ich bin momentan so richtig begeistert. Okay, komm, hier. So, ich krieg hoffentlich nochmal das Tool. Ja, geht doch. Ja, rechts ist auch zurück, aber dann kriegt man es nicht. Das ist... Wer hat denn das programmiert? Wer hat denn sowas programmiert, bitte? Und... Nein. Guck mal, es ist ein anderes Tool. Das andere hat mir besser gefallen. Okay. Blitzwerfer Plasma. Ja. Verstärker Tau. Erhöht den Leserschein durch den Bergbaustrahler und Kampf zusätzlich. Ermöglicht. Ähm, okay. Gut, also der Analyser fehlt. Den müssten wir irgendwie bauen. Scanner ist drin, Bergbau, Blitz ist drin und Sigma. Na gut, wir nehmen ihn mal. Hi. So, und dann gucken wir uns mal an, ob wir das irgendwie bauen können. Ob ich hier jetzt den Analyser bauen kann. Den können wir bauen. Mhm. Dann hatten wir den... Ähm... Schnellerer Bergbaustrahlprozess bei ressourcenreichen Materialien. Äh... Das ist er nicht, ne? Doch, das ist er. Und hat den... Den Tooltip wohl umbenannt. Egal. Bauen wir ein. So, zerlegen. Zerlegen nicht. Ne. Äh, was haben wir hier? Kampfverstärker Tau? Ähm... Nö, eigentlich nicht, ne? Erhöht den Schaden. Bin ich mir gar nicht sicher. Wir gucken mal, was wir noch hätten. Wir hätten hier... Die Aufspülreichweite des Scanners wird erhöht. Vielleicht nicht übel. Ähm... Oder der Bergbaustrahl wird verstärkt. Den haben wir nicht. Wir haben Tau da drin. Wir hätten hier Sigma. Aha. Also das ist zwei. Das ist eins. Ähm... Na gut. Dann... Könnten wir noch den Kampfverstärker bauen. Der Laserstrahl ist Bergbaustrahl zum Kampf wird erhöht. Machen wir ja nicht. Wir nehmen ja, wenn immer, den anderen. Dann... Nö. Dann machen wir die Reichweite noch. Dann haben wir das einmal durch. Ähm... Ich weiß jetzt noch nicht so richtig, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ist aber auch relativ egal. Jetzt reden wir nochmal mit dem Guten. So. Jetzt möchte ich nochmal ein Wort lernen. Und, ähm... Wir vergessen einfach, dass ich ihn nochmal laden musste. Und ehrlich gesagt, ich habe kurz überlegt, ob ich das rausschneide. Aber... Nö. So. Ich kenne jetzt das Wort für Spule. Super. Das ist ja ganz großes Kino. Handelsposten. So. Ich verkaufe mal. Und zwar... Habe ich hier ein Wiken-Bildnis. Das kann weg. Ein Chip kann weg. Äh... Ein, äh... Dingsda kann weg. Was auch immer das war. Also Titan nicht. Okay. So. Wir gehen mal ins Raumschiff-Inventar und gucken mal, was da noch so übrig ist. Ähm... Den Energiekanister... Iridium. Ähm... Ich gebe zu, ich würde ganz gerne, bevor ich hier irgendwas verkaufe, nochmal gucken, wie voll denn hier alles ist. So. Also Tarmium könnten wir ein bisschen verkaufen. 192 Einheiten. Plutonium nicht. Kupfer... Naja, bräuchten wir wahrscheinlich auch noch. Ähm... Exo-Anzug ist fast leer. Ich transportiere das mal. Was ist das? Ausdauersteigerung Sigma. Ähm... Der Nutzer kann über längere Zeiträume rennen. Das ist super. Das hatte ich wohl gebaut. Sieht's überhaupt aus? Was kann ich denn alles Schlimmes bauen? Nicht viel. Okay. Gut. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann... Also, Tarmium würde ich ganz gerne einmal verkaufen. Und Kupfer. Okay. Tarmium, Kupfer. Jaja, komm. Gegenstände verkaufen. Raumschiff. So. Also. Kupfer. Tarmium, aber nicht ganz so viel. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Denn ich muss ja hier erstmal runter. Mehrere Stunden später. Komm. Ist egal. Dann müsste der Stapel nicht ganz, äh, voll sein. Ja, 500 ist der Stapel. Deswegen passt. So. Was haben wir noch? Ähm. Doch den Energiekanister. Den verkaufe ich jetzt auch mal. Damit wir ein bisschen Platz haben. Okay. Achso. Bevor ich jetzt gehe. Vom Terminier weg, meine ich. Gucke ich nochmal ganz kurz, ob der irgendwas Nützliches drin hat. Ähm. Aber wenn ich jetzt mal raten würde, würde ich sagen, nö. Nö. Kann er nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert, weil war bisher im Programm noch nie. So. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Du Kumpel kannst sitzen bleiben. Ich will dich nicht weiter stören. Hier hört sich das so an, als ob irgendwas aufgeht. Reisemeilenstein erreicht. Ich habe acht Aliens getroffen. Was ich doch schon weiß. Ach. Das Programm sagt mir etwas, was ich schon weiß. Das ist ganz herzallerliebst. Aber. Ja. Nicht informativ. Und wir sehen, da unten sind ein paar Raumschiffe angekommen. Mich interessiert mal, was so ein Schiff kostet. Und wir gucken. Und tschüss. Wir gucken uns mal hier hinten den Kahn an. Moment. Ich muss mal kurz rennen. So. Ja, ja. Interagieren. Na dann. Ach. Der sieht ja intelligent aus. So. Ich bin schon wieder an Eindringling. Und der Krieger gibt ein Zustimmendes Bellen von sich, um zu zeigen, dass er mit mir handeln will. Er bereitet seine Fracht für eine Besichtigung vor. Oder er bereitet sie vor. Und bereitet sie vor mir aus. Gegenstände. Von kaufen an. Was kostet denn das Schiff? Hm. Und guck mal. Dieses Schiff hätte jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 10 Plätze. Kostet doppelt so viel wie das, was ich momentan habe. Aber nur mal so. Wenn ich jetzt mal gucke. Ich habe ja hier 1, 2. Also steht ja oben. 16 zu 19 Plätze. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Das wäre ein Anfang. Aber leider kann ich mir das Schiff nicht leisten. Kostet halt eine halbe Million, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir gucken mal hier. Was kostet denn sowas? Interessiert mich nochmal. Interessant. Ach, das ist auch ein Weiken. Naja. So. Der Kriegerpilot versteckt seine Zähne und starrt mich an. Er will offensichtlich handeln, dabei aber keine Emotionen zeigen. Seine Spezies ist dafür bekannt, während Verhandlungen niemandem einen Vorteil zu gewähren. Ja, das ist ja wunderbar. Äh. 23 Plätze zu. Zu, zu. Oh. 1,3. Wir brauchen mehr Geld. Äh. Es gibt interessante Raumschiffe. Interessiert mich nur mal, wie viel Platz hier drin ist. So. Und. Der Pilot ist nicht gerade glücklich, dass ich mit ihm handeln will. Ändert aber seine Meinung. Die Ausrüstung, die ich bei mir habe, hat ihn beeindruckt. Es gibt mehrere kurze Laute von sich. Seine Fracht und seine Schiffe sind, äh, sein Schiff sind bereit für eine Besichtigung. Und ich gucke mir mal an. 28 Plätze für fast, äh, 3,3 Millionen Einheiten. Aber jetzt verstehe ich, man kauft halt Schiffe und das, ich, ich, ich finde es schade. Jetzt muss ich mal sagen, das finde ich ja am Programm ganz, ganz schade, weil, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass man, ich sag jetzt mal, sein Schiff upgraden kann. Dass man da irgendwie ein, ähm, neues Inventarmodul oder sowas einbauen kann. Also kurzum, dass das Schiff als Schiff behalten werden kann und dass man es dann eben nur, ja, upgradet. Aber ihr habt ja selbst gesehen, das scheint nicht gedacht zu sein vom Programm. Ähm, die Idee dahinter ist halt, mach's anders, kauf dir ein anderes Schiff von einem anderen Außerirdischen. Aber ganz ehrlich, das finde ich nicht schön gelöst. Ja, muss ich, muss ich wirklich ehrlich sein, das hätte man viel, viel besser machen können. So, und ich nehme mal ein bisschen Thamium mit. Ich weiß gar nicht, wie viel Thamium ich gerade habe. Gucken wir mal ganz schnell. Thamium, Thamium, ah, Thamium haben wir eigentlich genug. Ja, macht nur das Inventar gerade ein bisschen voller. Aber wie wir ja wissen, Thamium kriegen wir leider nicht so gut auf den Planeten. Also manchmal auch und da gibt's auch schöne Kristallvorkommen. Aber das geht halt hier im All viel, viel leichter und schneller. Äh, wenn man's hier ein wenig farmt. Okay, also ich denke mal, Thamium haben wir dann gleich genug. So, den nehmen wir noch mit. Zack. Zack, zack. Ja, so, das reicht mir jetzt. Und wir sehen, wir werden gerade gescannt. Deswegen machen wir uns mal auf zum Sendeturm. Ich hoffe, dass das ausreicht. Nö, 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 ich bin nicht da. Ich bin... Was, was zu? Hallo? Fliegt denn jetzt mein Schiff hin? Was? Feindlich? Autsch. Okay. Wir müssen erst mal wieder kämpfen. Das Sonnensystem ist nicht gerade ruhig. Muss ich jetzt auch mal so sagen. Leider fliegt sich dieses Schiff sehr, sehr träge. Okay, Eisen. Was? Hier gibt's Eisen. Deflektor-Schild A. So, nichts gefunden, weil mein Schiff ist mal wieder voll. Wir laden mal vorsichtshalber einmal auf. Okay, also gut. Wir haben jetzt genug Plutonium. Ah, verdammt, Plutonium wollte ich eigentlich behalten. Egal. Wir schmeißen das alles weg, was erstmal unwichtig ist. Machen wir so. Ähm, jetzt habe ich jetzt meinen Planeten so halb verloren. Ich wollte doch da hin. Ja, also eigentlich könnte ich jetzt locker mal wieder auf die Raumstation zurückkehren, um wieder irgendwas zu verkaufen. Aber das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch auf den Planeten da unten. Und ich weiß gar nicht, ob ich da schon war. Und interessant ist im Übrigen auch, dass man hier mit den Asteroiden nicht kollidieren kann, während man im Impulsantrieb ist. Das ist einerseits sehr schön, andererseits ein bisschen unrealistisch und schade. Naja. Ich bleib dabei. Das Programm hat so viel Potenzial. Also es ist wirklich in gewisser Weise traurig, dass hier einiges halt nicht umgesetzt wurde. Wobei umgesetzt ist ja das falsche Wort. Ich habe mittlerweile ja ein paar Videos zu No Man's Sky gesehen, also wo der Entwickler auch mal bestimmte Sachen, ich sag jetzt mal, gesagt und angekündigt hatte und so weiter und so fort. Und ich bin schockiert, was der Entwickler im Vorfeld halt vom Programm gesagt hat, was drin sein wird. Was jetzt im Nachhinein ja noch nicht einmal ansatzweise vorhanden ist. Und ich muss sagen, das ist sowas von schade. Weil hätten sie wirklich all das reingepackt, was ursprünglich mal genannt worden ist, wäre das Programm, glaube ich, unschlagbar gewesen. Man sieht ja, wie viele... Was ist das? Hallo? Schwarz? Schwarzer Rauch? Anfang. Mann.